Du weißt flexen statt schätzen! Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Star Duelay 1.6 Update. Und wir haben ja letztes Mal... ...sehr viel... ...wirklich sehr viel gearbeitet, Lamina. Einfach gespeedwarnt. Und ja... ...ich muss das erstmal alles aufräumen. Ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Ich weiß nie, was wir heute machen. Naja, ähm... ...was ich machen muss erstmal... ...ist meine Spitzhacke zu upgraden. Und sonst... ...einfach Geld verdienen. Ich will ja das irgendwann verbessern. Ich brauch dafür 10.000, also nicht mehr so viel. Und dann hab ich's! Dann hab ich's wirklich. Und ich seh schon... Wir haben eine bessere Waffe gekriegt. Ja, ich rüssel die aus. Die ist besser. So, tut mir leid, man. Jetzt müsst ihr weggehen. Du warst wirklich cool. Dreizack. Ähm... Ja, erstmal muss ich eine neue Truhe bauen. Ähm... So. So. Oder muss ich dich hierhin platzieren? So. Ne, das... Das gehört mir. Das ist dumm. Ähm... Achso, ich muss erstmal Gold verdienen. Na, vergessen. Das verkaufe ich. Das behalte ich. Okay. Ähm... Zack, zack. Ich muss erstmal noch Fernsehen gucken. Ob heute ein perfekter Tag ist. Ja, okay. Ich werde auf meiner Farm arbeiten. Ich muss ja eh warten, bis es regnet. Für den Aal. Und ja. Wir sehen uns. Ich werde jetzt hier aufräumen. Auf meiner Welt. So. Erstmal für dich. Oh. Zack, zack, zack. Ja, ja. Danke. Hm? Was haben wir eigentlich hier was zu verkaufen? Ähm... Oh, wow. Wow. Na, ich... 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 Ja, jetzt nicht so gut Sachen. Hm. 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 Na. Okay. Und mal wieder war ich in der Höhle. Oh. Ja, ich hab nicht... Ja, ich hab nur elf Gold. Wow. Ich muss eh gleich nochmal in die Höhle. Oh. 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 Ich hoffe, ich hab jetzt 10.000 gekriegt. Windcounter. Oh, wow. Ähm. So, 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 so. Ja, ich pack euch mal hier einfach hin. So. Verkaufen wir noch das 2.000. Okay, dann hab ich 10.000, oder? Ah, okay. Wofür braucht man überhaupt Diamanten? Ähm. Für die Herstellung von Kerbenräuse werden weniger Güter benötigt. Ähm. Hm. Hm. Hm, danke. Hm. Wir haben genug Geld. So. Jetzt können wir meine Sache kaufen. Mhm. Hi. Hm. Ja. Okay. Wow. Okay. Hm. Hm, hm, hm. Ja. Ich brauch jetzt nur noch ein bisschen Kupfer. Also, ich werde jetzt mehr arbeiten und dann sehen wir. Oh, wow. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nur auf meinem Hof arbeiten. Wow. Ist doch schwer. Oder du weißt aber nicht, was du machen sollst. Das ist schwer. Hm. Ich hab jetzt sehr viel Kupfer. Was? Ach, ich wollte ja das hier verbessern. Na, das mach ich dann jetzt. Geht das nicht. Oh, wie du betest du. Was machst du da? Ja, lass mir den Hund los. Oh, die gibt's ja auch noch. Ähh. So. und so sieht das jetzt aus dass naja es sieht schön aus oder sieht schön aus oder ja man ich werde jetzt noch bäume fällen ok ihr geht mal dahin und ich gehe schlafen das ist traurig ja ok dann nehme ich geologe das hat mir gar nicht mal viel geld gebracht ich werde jetzt ist das geld weg man er will so dass mit der höhle noch erklären wieso fledermäuse als pilzer bei pilze du musst ja jeden tag hingehen und bei fledermäuse das bord und einer mann nach monats kannst du mal hingehen und alles einsammeln also muss ja nicht immer dahin drauf das ist cool adi ist hier wirklich ich schenke dir mal was ah dein snack alter so ähm achso ich muss erstmal hier da 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 und ich guck mal was ich machen muss ich gucke erstmal was ist ein tag heute ist ok heute ist wieder sein oh was soll ich machen man ja eigentlich morgen wird es regnen ok dann werde ich wieder auf den hof wieder arbeiten oh wow hier waren noch nicht so diese zwei sterne und was ist das ich werde das annehmen und machen also 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 ähm mhm 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 hm mhm ok Okay. Und noch da. Da. Schau. Wachen. Okay. Oh nein. Oh Sam. Ja. Ich weiß nicht, wofür du das gebraucht hast, aber... Nein! Wo ist der Ticket? So. Erst mal ein Fintal. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich brauch's jemanden schenken. Es geht nicht. Okay. Ähm... Gibt dies dem Preisautomaten in Levis... Levis... Keine Ahnung... Chaos, um eine besondere Beinnerung zu haben. Ich glaube, er heißt Levis. Na! Was hast du? Da spiel ich ab. Ah! Hallo, wilder Kaiser! Ja, cool. Ich hab' gerade ein paar weitere Preise in diese Maschine geladen. Es ist ein neues Programm, das ich mir ausgedacht habe, um den Geist des guten Willens unter den Einwohnern der Stadt zu fördern. Auch du. Es ist ganz einfach. Wenn du anderen in der Stadt hilfst, bekommst du manchmal einen Preisschein. Du kannst dir gegen Belohnungen eintauschen. Da sind ein paar besondere Sachen drin. Meine einzige Sorge ist, dass die Leute nur auf die Tickets aus sind, anstatt echtes Mitgefühl für ihre Mitmenschen zu entwickeln. Oh, Mann! Ich verstehe. Nur, das ist nicht das, was ich zu hören gehofft hatte, aber ich schätze die Ehrlichkeit. Wie dem auch sei, schau immer mal wieder auf die Hilfsangebote in der Stadt. Es ist ein guter Ansatz, um an weitere Tickets zu kommen. Viel Glück da drauf. Da drauf. Da drauf. Ja. Ja, Mann! Lass uns spielen! Oh, Mann! Wow! Alter, wenn wir das kriegen. Alter, okay. Ah, so, das ist nicht so ein... Was ist das? Na, das ist scheiße. Na, ich dachte jetzt, cool, irgendwie so ein Gewinnspiel. Nein, Alter. Alter, okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich alles machen soll. Weil am Hof kann ich nichts mehr machen, weil ich hab fast keine Bäume mehr. Ich brauch noch Silo. Im Herbst. Am besten im Herbst noch so. Weil sonst Game Over mit meinem ganzen Getreide. Game Over. Oh, nein, ich hab vergessen, das Ding, den ja gibt's jeden Freitag und Sonntag. Er verkauft ja nur Scheiße! Ja! Ja! Hm? Okay. Ähm... Wow. Hä? Was machst du denn hier? Ich hab jetzt noch ein bisschen Fische gefangen. Oh, Mann, Alter. Drei Stück. Und noch ein bisschen Bäume gefällt. Äh, sonst hab ich nichts gemacht. Ähm... Die Fische kann ich ja verkaufen. Oder? Ich hab Angst, mir mal etwas zu verkaufen und dann brauch ich das nochmal und dann... Und dann hab ich verkackt, Mann. So. Und jetzt gehen wir schlafen. Hi. Zapfhahn! Zapfhahn gibt's ja auch noch. Pilzbaumstab... Pilzbaumstab... Hm, das ist neu. Okay. 2000 wieder. Das ist gut. Ah, stimmt, ja. Okay. Ähm... Ihr wisst ja schon, es regnet... Äh, jetzt hab ich das nicht... Es regnet und... Wir gehen heute den Aal fangen. Danke für den... Äh... So, ja, stimmt, ja. Ähm... Der Aal... Oh, wow. Ich hör hier gar nichts. Ähm... So. Oh, jetzt regnet es und jetzt brauchen die Heu. Oh, Mann. Also, ich hab fast kein Heu mehr. Ich muss mir ein Silo bauen. Äh, naja. Ähm... Ich geh gleich den Aal fangen. Und wenn ich ihn habe, zeig ich ihn euch. Ja. Hier ist der Aal, Mann. Der war jetzt leicht, Mann. Oh, Mann, Alter. Naja, wir sehen uns gleich. Ich werde weiter angeln. Was, was, was? Was? Achso, ja. Okay, dann geh ich wieder schlafen. Das wäre jetzt nicht so viel. Okay. Ich bin wieder da. So. Oh, das ist schon 8 Uhr. Cool. Um, I have to be the... Nee, nee, nee. Ich kaufe mir Hühner. Ich brauche Geld, Mann. So. Das gibst du mir. Und dann gieße ich euch mal. Oh, hau noch. Was machst du denn da? Nein. Oh. Hm. Ja, Mann. Marni. Marni. Ja. Ja. Ich glaube, die geht raus. Okay, ich muss schnell, ich muss schnell klicken. Nein. Wirklich, Manni? Du bist ehrenlos. Wow. Nein. Wow. Ja. Robin ist nicht da. Und morgen ist Blumentanz. Ja, cool, Mann. Jetzt kann ich mir kein Silo kaufen. Oder was, wenn es jetzt anfängt zu regnen? Game over. Wirklich, das Spiel will mich... Alter. Ich kann ja checken. Okay, hier. Woo. Okay, ähm. Wow. Wow. Was soll ich machen? Ich hab jetzt einfach nur geangelt. Ja, das ist eigentlich gut, alles. Wirklich, das ist heute englisch gewesen. Ich konnte keine Hühner kaufen. Ich konnte kein Silo bauen. Und Bock ist Blumentanz. Ah, wow. So, so, zuck. In der nächsten Folge werden wir das Blumentanz machen und Silo bauen und Hühner kaufen. Ähm. Und, ja. Was soll ich denn noch sagen? Wir sehen uns in dieser Folge. Und bis bald. Wie geht's denn noch? Bis bald. Vi sentir das Blumentanz. Bis bald. 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 Vielen Dank.